1.19 zu VfB aktuell, ein Format, was ich jetzt einfach so ein bisschen mal gelegentlich hier auf dem Kanal wahrscheinlich bringen werde, ist natürlich auch nicht, ich habe da kein Copyright drauf, machen viele, aber ich will einfach auch so ein bisschen, weil es einfach sinnvoll ist, die News ein bisschen aktueller bringen, wenn es einfach News sind, die es wert sind, die interessant genug sind, um nicht quasi erst in drei, vier Tagen dann gebündelt im Podcast dann besprochen zu werden, so wie eben heute mischt denn tatsächlich der große FC Barcelona im González-Poker mit, wir haben natürlich auch wieder hier alle Quellen in der Videobeschreibung verlinkt für euch, logische Geschichte, ist fast ein sicheres Ding, glaube ich, dass González im Sommer geht, habe ich auch schon Ewigkeiten gesagt, weil er auch jedes Transferfenster aufs Neue ist, González eine Person, die in Gerüchten drin ist, die auch Äußerungen bringt, dass er vielleicht mal gehen will, in nächsten Schritt machen will, in VfB verlassen will und auch die Transferlegende auf Twitter schlechthin, der Insider, die Here-We-Go-Legende schlechthin, Fabrizio Romano hat auch schon auf Twitter geschrieben, dass es ziemlich sicher ist, dass er uns im Sommer verlassen könnte, er nennt er natürlich Brighton, haben wir auch schon getan im Podcast und auch Florenz wird genannt, die Frage ist da halt, Brighton wurde 16 in der englischen Liga, Florenz ist vom Namen her vielleicht ein bisschen größer, auch Italien können, glaube ich, ganz gut zu den passenden von der Liga, aber die wurden halt auch nur 13, da ist keine Champions League, da ist keine Euro League, da ist keine Conference League, nix international und halt auch nichts, was irgendwie in Richtung vom Top-16-Klub geht, den wir ja eigentlich ja anpeilen als Ziel für unsere Spieler, wenn wir sie schon verkaufen oder ziehen lassen müssen, weil einfach solche Klubs anklopfen, das sind diese beiden Klubs nun mal ganz klar und deutlich nicht, würde ich mal sagen. González, Vertragslaufzeit läuft bis Juni 2024, Marktwert von 22 Millionen, vor kurzem ist runtergegangen von 25 Millionen, vielleicht eben, weil er in der Saison recht selten zum Einsatz kam, das ist ein bisschen das Negativ an ihm, bis in die Verletzungsanfälligkeit nur 15 Spiele gemacht, da aber gute Leistungen zeigt, sechs Tore und zwei Vorlagen gemacht und das große Ding, was rüberleitet zu unserem großen Fisch an Gerücht, was heute ja reinkam, brandaktuell quasi, gestern Abend gegen die Gruppe Amerika los und da ist ja González bei der argentinischen Nationalmannschaft, was ja auch nicht die kleinste Fußballnation ist weltweit, würde ich mal behaupten, ist er quasi Stammgast in der Startelf, auch gestern wieder Auftragsspiel gegen Chile, Startelf gewesen, vor Leuten wie die Maria, vor Aguero, vor Korea und so weiter und so fort, ich glaube schon allein wegen den Fakten, Vertragslaufzeit, Marktwert, Leistungen und eben das Nationalmannschaftsding kann man glaube ich wirklich problemlos bei González die mindestens 25 Millionen Euro Ablöse aufrufen, die wir aufrufen. So, leider gestern wieder scheinbar auch wieder, ja, drei Hochkaräter liegen lassen, der gute González, das hat er halt doch noch nicht 100% raus, diesen Chancenwucher, den er manchmal da betreibt und trotzdem kam eben heute das dicke Gerücht auf, laut spanischen Medienberichten macht sich Lionel Messi beim FC Barcelona für eine Verpflichtung von Nicolas González stark, spielt er mit ihm vorne im Sturm eben in der Nationalmannschaft von Argentinien. Das wäre natürlich ein absoluter Top-16-Klub, ne, ganz klare Geschichte. Letzte Saison, ne, dritter geworden, bisschen am schwächeln da Barcelona und eben auch lange nicht mehr so ein Gerücht, wo man sagen würde, boah krank. Barcelona, holy shit, wie viel rufen wir aus? 25, gas, Barcelona kommt, ach shit, dann kriegt man sogar 40 Millionen, die haben ja Geld. Ne, haben sie nicht, also Barcelona hat einfach kein Geld. So, die sind auch, wie Madrid auch in Spanien da an Schuldenbergern am Ansammeln. Die werden da trotzdem auch irgendwie gucken müssen, dass sie die 25 Millionen zusammenkratzen oder 25 bis 30 Millionen zusammenkratzen, wie viel man für ihren Ende der Tagesland bekommen kann. Natürlich wäre es natürlich trotzdem ein Wahnsinns-Schritt für González, zu Barcelona zu gehen, wenn da tatsächlich was ernsthaft dran, ja, dran sein sollte einem Gerücht, ganz einfach. Wäre natürlich auch in die Richtung Top-16-Klub, was das nächste Ding ist, was auch ein besserer Schritt wäre als Brighton und Florenz, wäre nämlich Tottenham, die auch genannt werden und auch schon genannt wurden, auch schon im Winter, glaube ich, an González interessiert waren, werden auch wieder genannt mit dem ernsthaften Angebot scheinbar auch. Wie gesagt, wurden siebter in der englischen Liga, damit zumindest Conference League gehen auch mehr in die Richtung von Top-16-Klub. Ich denke, am ernsthaftesten für einen wirklich sinnvollen nächsten Schritt, sollte man da Barcelona und Tottenham nennen. Rein von den Klubs her, rein von der Ablöse her, soll aber scheinbar Florenz nun bereit sein oder Angebot gemacht haben von über 25 Millionen Euro, also die auf jeden Fall, ja, fähig zu bezahlen und auf den Tisch zu legen scheinbar. Und laut Berichten auch da in der Pole Position der AC Florenz, ja, so oder so, ich glaube, der ist so gut wie sicher weg und da würde ich mir einfach nur wünschen, dass dann einfach eine angemessene Summe kommt, die nun scheinbar Florenz bieten kann, die wohl auch Tottenham bieten könnte und, ja, trotzdem irgendwie auch Barcelona bestimmt. Keine Ahnung. Irgendwie werden die das Geld doch schon zusammen bekommen können und einfach ein Klub, wie gesagt, der der nächsten Schritt, ja, der würdig für den nächsten Schritt ist, weil zu Brighton braucht noch nicht zu gehen. Florenz ist so ein Halbding, aber braucht eigentlich auch nichts zu machen, da würde ich mir schon wünschen, wenn er schon geht, dann geht doch zu Tottenham, dann geht doch zu Barca. Barca natürlich vom Klub her, vom Namen her, auch wenn sie ein bisschen am schwächeln sind, absolut wildes Ding, wenn das über die Bühne gehen würde und González zum Teamkollegen Messi nach Barcelona wechseln würde. Da gerne mal eure Magen zu dem ganzen González-Transferpoker in den Kommentaren dalassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.